Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal CraftyDisneyGirl. Heute zeige ich euch von Echo Park Paper aus der Poolparty-Kollektion die Die Cuts und Hacks & Frames. Hierzu schalte ich euch gleich Musik ein. Solltet sie euch nicht gefallen, schaltet das stumm und macht eure eigene Musik an. Ansonsten viel Spaß bei diesem Einblick in die neue Poolparty-Kollektion und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.